ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmen des Saints Row ja wir haben das Spiel gestartet und wieder hier gespawnt äh ja sag mal du bist denn duizint gerannt weiß ich guck dich um ach da unten bist du wow pass auf, pass auf, pass auf so fast du machst ja und ich hab die Schrote in der Hand das solltest du auf so engen Räumen nicht mehr machen wir haben wie macht gleich die Taschenlampe aus oder ist dir mal an? also meine Schrote hatte gerade eine Taschenlampe auch rumzuballern, es lockt die Bullen an da ist die Polizei oh fuck für die Einwaffe habe ich keine Muni mehr die halten schon extrem viel aus ich bin drin nein, ich bin drin nein, ich bin drin ah nein, Scheiße, das ist das nicht, das ist das nicht ah, das ist da ich muss nachladen du fährst, ah, wie du fährst, da ja, das Ding hat einen Kloppen vorne ist Jakob noch da? ja ah, ja, Jakob, ja, Jakob ist gedacht, noch nie da genau ich schießt einfach mal so random, ja? nein, hoff zu schießen wir müssen die Bullen abhängen ich muss mal ganz kurz die DP Einstellung runter trennen das war Samuel das war die Stimme von Samuelskahn juhu nein, Straßenspel, da war Straßenspel ach, ich sollte die Polizei hin und abschießen, na? ja eigentlich soll ich mal so rumbacken, na hinten oder nicht so krumm, na? ah, ah warte, jetzt hat sie plötzlich okay, sie ist wieder da, okay, das leckt ein bisschen grad irgendwie Internet wenn du alle markierten Branden mit Klebe bei einer Band ich hab kurz die Bullen getötet oh, die Polizei hat einen umgefahren, hallo, hallo, Hüter, das Gesetz nein, hier ist ein Band, okay, scheiße au, jetzt bin ich runtergefallen na, ich bin runtergefallen, rausgefallen na, ich bin überall bei der Banden, na, ich bin gleich tot ich mach mit Medi-Kid oder so ich mach mit kein Medi-Kid ich kann dich erst teilen, wenn du wieder Noga irgendwo anstammt bist schieß die mal von hinten ab ja, von der Arm ah, Polizei was? Steuerung also, Standard-Steuerung ist Steuerung wir haben ein neues Polizeiauto, gell? ich geh mit mal die Schrot ja, Banden-Operation zerstört was? ah, Ben, Ben jetzt, guys fuck it, das sind überall, Leute oh, Gott äh, wir konnten, sollten mal ein Fahrzeug gebrauchen ja, ich hab ein Fahrzeug ich fahre, wo bist du? ah, da ist so ne Brawler-Play darin komm schon, komm schon, komm schon ich fahre oh, du fliegst, du fliegst bei mir ja, ja, ich fahre gerade was ist denn los? hallo, wo bist du hin? ja, die scheiß Karre ist so gammelig ah, aussteigend wo fährst du hin, Mann, du bist voll falsch ich bin nicht, was, ich bin falsch? ja, fahr zurück schnell, 10 Sekunden ja, ich renne, ich renne fahr zu diesem großen Platz zurück ich renne da ja, hier, hier, hier das Auto gehen komm, das Auto in Deckung, du, Bob tschie Bob jetzt bin ich in der Deckung ins Auto einsteigen, na los das Auto ein na, lass mich rein ich mach es ich fahre doch ich kann die schieße wie ich bin hier auf dem parkplatz heilig die werfe kanaden oder so auf g oder wie das schätze rollerblader in alle die nervt ein bisschen da mal lasst ab und vorne kann so bitte zum waffenleiden fahren nein 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 in auf dem dort oder ich bin gleich tot 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 So warte kurz jetzt verteidigungskurz dann mach ich dich weißt ich drücke doch rechte Maustaste Lade nach, muss nachladen. Fuck, da kommt noch ein Auto. Ich kann uns nicht gegen alles beteiligen. Ja, ich fahr schon weg. Ich kann es, wenn wir nicht mehr filmen, aber das heißt sie. Ah, da ist eine ganze Bande von denen. Ich will keine Bandenoperationen machen. Komm, ich stelle uns jetzt hier auf die Brücke. Okay, du meinst, aber ich habe langsam keinen Mut mehr. Du musst doch eine andere Waffe anstatt keine Schrote. Auf dem Fall ist die Gammelich. Ja, ich bin auf den Naherkampf, das wird cool. Okay, jetzt sollt... Oh, cool, fahr mal da vorne in, das ist das große Gebäude. Nein, jetzt schießen wir wieder auf uns. Ach, die haben uns... Ja, wir haben hier auf den Schießenden, sie lockt die Bullen an. Ja, Junge, da sind zwei Autos von diesen anderen. Was soll ich da machen? Oh, das war knapp. Ja, aber ich würde eher fahren und ich schieße. Scheiße, du wackelst voll extrem. Ich weiß. Ah, jetzt stehen wir oder wie? Au. Jetzt stehen wir, ja. Wow, da fliegt die Bullen gerade. Nachladen, nachladen. Ja, au, au. Ach, ich werde verkackt. Pedestrieren. Oh, oh, oh. Fuck it. Wo fährst du hin, verdammt? Nein, nicht perfect. Nicht perfect, Mann. Ich habe keine Ahnung. Gar nicht perfect. Gar nicht perfect. Gar nicht, gar nicht perfect. Nehmen wir jetzt einfach mal den Schrot kurz. Oh, ja. Oh. Nein. Ich fahre, ja. Oh Gott. Oh Gott, ich habe keine Türe mehr. Sag mal, weißt du was? Ich fahre, du öffnest die Karte und führst uns zunächst in Friendly Fire. Okay, Karte, wo ist Friendly Fire? Ne, Job's, nein. Da, Friendly Fire. Äh, rechte Maus, dass du GPS. Ich habe es gerade für mich nicht das Ding genommen. Okay, hast du's? Nein, ich habe nichts. Du musst nicht führen. Ach so, warte, ich führe dich. Umdrehen. Umdrehen, aber was? Umdrehen, ich lasse uns einfach... Alter, der Hammer nervt da vorne. Fahre weiter, fahre weiter geradeaus. Gute Zeit. Ja, fiel weg. Und jetzt geradeaus. Was? Bauhaus. Bauhaus. Bauhaus, genau. Ja. Wie geil die Karre auch aussieht jetzt. Jetzt links, jetzt links. 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 Genau, und jetzt wieder links. Also. Die Karre ist geil, ey, es macht voll fun. Ah, fuck. Nein, warum hast du jetzt rückwärts zu scheiß Laster? Ich schieße mich nicht auf die Polizei, gell? Wie geil die Karre aussieht jetzt wohin? Rechts, jetzt rechts. Oh, jetzt habe ich habe die Füße weggeschossen. Was, was, was machst du? Geradeaus. Ich habe, ich habe, ich habe, ich weiß, dass die Karte einleitungen machen. Warte, warte, jetzt, warte, jetzt rechts. Äh, links, 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 sorry, 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 links. Gut, jetzt stehst du ja schon links. Fuck you, Noobs. Ja, wohin? Oh, links, links, rechts, 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 nein, links. Scheiße, ich rückwärts rumdrehen und dann, jetzt rechts. Jetzt rechts auf die große Brücke. Ja, jetzt auf den Dach. Oh Gott, ich soll. Das ist auf der anderen Esel, Juni. Ja, ist, ich habe den anderen irgendwie nicht markiert, aus Versehen. Ich habe wahrscheinlich den falsch. Das war der erste, den ich gefunden habe. Aha. Dann gehen wir dahin, dann kaufen wir uns Muni und dann gehen wir... Ja, meine M.G. Mission. Alter, der Bus nervt da vorne. Wann machst du, du Bus? Du siehst doch, dass der angefangen hat. Ähm, komm mal, ey. Fuck you. Jetzt ist er gleich da links. Und da ist Friendly Fire, kann ich ja schon lesen. Ah, ich finde der. Ah, gerne. Aussteigen. Äh. Achtung, ist ein Skateboarder davon bleibe, das hier doch einfach rein. Stimmt, es geht auch. Mission kaufen. Au, jetzt habe ich noch irgendwas erwischt. Ey. Munition kann er kaufen. Oh, die hätte ich jetzt gerne. Ich habe... Oh, ich muss voll kaufen. Ich muss gerade für alle kaufen, Alter. Ah, mal kurz. Für die Faust hätte ich gerne was. Ich habe gerade... Brenngranate. Waffen verbessern. Alter. Na, egal. Ich habe noch ein paar Granaten. Ich auch. Was ist das? Wurfwaffen, was ist das da? Elektrogranaten. Und das ist Molotow. Molotow-Market. Wo ist die nächste Mauer? Hier ist doch. Nein, immer die nächste Mission. Achso. So, Waffen kaufen, verbessern. Jetzt wird die Waffe ein bisschen verbessern. Die Immobilien, nein. Alter, drückt mich hier oder so. Was machst du? Ich schieße. Komm hier mal rein. Ja, dann mach sie mal fertig. Ja, ich bin gerade auf der Karte. Ich suche mal eine nächste Mission. Was ist die Stufe 2? Oh, so weiß ich nicht genug Geld. Okay. Ich kann mir Stufe 2 nicht kaufen. Oh. Molluskenwerfer könnte ich nehmen. Alter. Wer rüßt sich den Moluskenwerfer? Ja, nimm den Moluskenwerfer, das voll geil. Warte, ich glaube, ich muss die... Ich kann aber für den Moluskenwerfer keine Munition kaufen. Warte, ich gehe jetzt auf Waffenkaufen, dann wird bei mir der Moluskenwerfer angezeigt. Aktivitäten sind blau. So, jetzt müsste ich... Ich kann jetzt aber für keinen Moluskenwerfer aktivieren. So, ich nehme mal einen Auftrag an, sagen wir, ja? Ja, mach das. Geh aus dem Scheißladen raus dafür. Tut mir leid, ja. Ja, ist super geil. Fuck you. You don't kill me. I hate you. Wie wechsle ich die Granatenkasse? Ähm, unter Upgrades von Waffen einfach. Da muss ich kurz in den Laden. Ich kann, ich kann wechseln. Warte, ich muss ganz kurz, sorry, ich muss ganz kurz gucken. Steuerung, Tastenbelegung festlegen. Äh, generell. Ich glaube, ich lege mir alle Granaten auf G. Ja, ich mache gerade nur noch was für YouTube. Ich bin so, dass ich mich nicht mache. So, Samu, komm mal raus. Ich will dir was zeigen. Du wangst? Was ist das? Was ist das hierher? Oh, du völlig dort. Hihi. Ja, das ist, äh, wah, 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 wah. Das hat, es hat eine von denen, äh, das hat eine von den Typen, das ist, das ist da. Steig bei mir ein, na los! Ich mach den, ich schalte schon mal den Auftrag. Boom, yeah! Na los, steig ein, du Worf! Na los! Ja! Kurbauftrag starten. Ja, komm dann. Steig ein. Ich glaube, ich wechsle mal meine Waffe auf die MG. Man, we gotta get a new place. That studio shit ain't workin at all. Wir haben für einen Peacemaker. I can't help you that the rest of the world treats the same flight. Doesn't mean we should get soft. I hear you. Listen, how about you and me roll around the city and see what Steelport has to offer. You can help me. Meet me at the park. I'll pick you up. Toll, die Sackhaare bestimmt. Links! Ja. Ich seh's auch. Ich bin zu früh aufgebogen. Wir werden abgeschossen. Ich hab nicht abgeschossen. Doch, wir wurden abgeschossen. Ja, wow. Aber jetzt schießt du nicht auf irgendwas, weil wir sind... Wir sind jetzt alles los. Wir sind kein... Nein, du schießt auf nichts! Sonst kommen wieder die Bullen oder die Geiges. Das warst du. Das warst du. Ich hab nicht geschossen. Du hast jemand überfahren. Ich hab nicht geschossen. Ich hab nicht geschossen. Ich schwör auf mein Leben. Ich hab nicht geschossen. Ich hab niemanden überfahren. Nein, du fährst die ganze Zeit auf dem Randstein. Ja, aber ich hab niemanden überfahren. Ich seh das doch. Ja, genau deswegen geht die Polizei jetzt noch auf uns los. Was? Komm schon! Was ist denn? Wenn wir niemanden überfahren haben, geht die Polizei auf uns los. Ich! Oh, ich hätte jetzt so Bock auf dir zu schießen, aber... Du schießt auf niemanden! Ah, eben gar kein Problem. Ganz ruhig. Ich bin einfach nur Nebensitzer. Und guck uns mal von vorne an. Nimmst du euch auf? Ja, sicher. Gut. Ist auch so, alles läuft. Läuft alles bestens. Perfekt. 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 Kann man den abschließen? Kann man den abschließen? Jaaa! Rimmjobs! 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 Ich fahre! Oh, da sitze ich mich hinten rein! Oder willst du fahren? Komm, lass ich fahren! Ja, gut. Mein Charakter steckt gerade irgendwo ein. Ich weiß nicht wo. Ah, Beifahren. Perfekt. Warte mal kurz. Ähm... Ich kann nicht gut fahren. Also, ich warn euch alle vor, ich kann nicht gut Autofahren in solchen Spielen, womit wer es dir lenken muss. Sie ist sehr wunderschön. Könnt ihr aber einen Xbox-Controller vielleicht anschließen, aber... Nein, das ist ein Xbox-Controller. Nee, das wird jetzt einfach zu viel. Zeit kosten. Aber cool, auf dem Kennzeichen steht SR3. Von dem Beginn... Er war da, als ich erinnerte. Shit. Wie mache ich Handbremse oder so? Wie mache ich Handbremse oder so? Okay, gut. Ja, ich kann die Steuerung nicht so für Autos. Der fuck, lass die Partnern Autos hinrufen! Ähm... Nein, ich bin nur gegen uns gefahren. Er hat aber Luft zu bei mir. Na toll. Wie lange ist es noch? Das steht, das steht keine... Angabe, das steht nicht so. Ah, aber wechselt die Spur! Ah! I'm doing nothing! They drive in me! Ja... Mach mal die scheiß Türe jetzt zu, Junge. Verbesserung! I would like to get there today! Was machst du grad? Ich checke mal kurz auf die Mühle. Morgenstern! Morgenstern? Ah so, das ist ne... Ich pack mal einen. Was? 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 Oh... Ein... Perfekt. Fahrzeugreparatur 99 Dollar. Du bezahlst! Was? Ich bezahle? Geh zum Mechaniker. Das heißt, du musst... Geh zum Mechaniker. Das heißt, du musst... Ich hab grad bezahlt. Ich stehe, du musst zum Mechaniker. Du musst nicht mehr. Loll, ich kann jetzt hier verbessern. Okay. Ja, total. Du kannst du... Soll ich den Drehmoment erhöhen? Wie du willst, du kannst auch bisschen Außentüning machen. Ich hab jetzt mal eine Karre und Türe. Ich hab jetzt auch mal eine Karre und Türe. Auf... Okay, ich möchte hier nichts machen. Lackierung... Karosserie... Hey, das Kerl steckt bei mir ein, nice. Uh, das wird ne lustige Karre. Matt? Hey. Hey! Okay. 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 Okay, Samuel, fuh mal los.